Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, Booster-Sammlungen haben wir ja mehrere Wochen jetzt nicht geupdatet, jetzt kommt aber mal wieder ein Update-Video. Es sind ja mehrere verschiedene Serien wieder rausgekommen, da wären zu nennen Magic Attacks Extra oder Hero Attacks The Avengers und ja, davon habe ich natürlich ein paar Booster. Wir fangen aber erstmal mit dem an, was ihr gestern gesehen habt. Simpsons, da habe ich ja erwähnt, dass ich da vier Stück habe. Das wären diese vier coolen Booster. Die sind echt cool. Wie der heißt, weiß ich nicht. Homer Simpson, Krusty und Apu, heißt der glaube ich. Ja, sind vier verschiedene Booster und soweit ich weiß, gibt es da auch keine anderen. Das heißt, das sind die vier Booster, die es gibt und wir haben die Serie komplett somit. Ja, dann Hero Attacks ist rausgekommen. Auch ziemlich cool. Haben wir auch einen Booster von. Habe ich keinen Promo-Booster von bekommen, muss ich nochmal gucken, ob es irgendeine Zeitschrift gibt, wo es seinen Booster beigibt. Ja. Dann Matchtags Extras rausgekommen. Ihr habt euch richtig gefreut über die Videos, die gekommen sind. Die Mappe ist herausgekommen, Promo-Booster und nochmal normale Booster. Ja, das hier ist ein normales Booster für zwei Euro mit zehn Spielern. Ich habe allerdings mir noch einmal die Bravo Sport gekauft, um dieses Booster zu erhalten mit fünf Spielern. Das ist nämlich ein Promo-Booster, Promotion, keine Remission. So habe ich nämlich zwei verschiedene, also habe ich hier einmal einen Zehn- und einmal einen Fünf-Spieler-Booster. Ja, die kann man halt normal im Laden nicht kaufen, die mit fünf Spielern. Ja, und so sind das sieben neue Booster diese Woche und wir hoffen natürlich, Bundesliga-Chrome kommt in der nächsten Woche raus. Da wird ein Booster dazukommen auf jeden Fall und mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar wieder auf Ebay finde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.